Das heißt, einmal kurz die Anschlüsse, die Features. Ich werde euch zeigen, wie das Gerät aussieht und was ihr eben da noch mit dazu bekommt. Dann Anwendung, Use Case werde ich beschreiben. Ich werde euch in zwei, drei Slides ein kleines Demo-Setup präsentieren und danach gehen wir auch wirklich in eine Live-Demo über. Das heißt, ich habe das Ganze hier aufgebaut und wir werden dann anhand der Live-Demo sehen, wie man das Gerät einsetzen kann und wie man es eben, ja, umsetzen kann. Und wie gesagt, bitte nutzt den Chat, wirklich schreibt Nachrichten da rein, kommuniziert untereinander, kommuniziert mit mir und dem Team, stellt uns Fragen und wir hoffen, dass wir die dann auch alle beantworten können. Und für alle, für all diejenigen, die jetzt vielleicht hier jetzt nicht so live dabei sind, aber sich später das Recording anschauen, auch da könnt ihr die Chat-Funktion benutzen. Das heißt, ihr könnt, während ihr euch die Aufzeichnung anschaut, in den Chat eine Frage stellen. Wir bekommen das Ganze als E-Mail und werden dann wieder auf euch zurückkommen und eure Frage dann im Nachgang beantworten. Genau. Der PSW-92, ein Matrix-Switcher, ganz, ganz viele Eingänge, verschiedene Inputs. Das heißt, ich werde ganz kurz gleich beschreiben, was die Video-Matrix so alles kann und was für Eingänge, Ausgänge im PSW-92 verbaut sind. Dann die Audio-Matrix, werde ich kurz beschreiben. Das heißt, wir haben hier zwei separate Boards sozusagen oder Funktionen. Einmal die Video-Schnittstellen, dann die Audio-Schnittstellen und dann natürlich noch zu guter Letzt die Steuerung. Das heißt, auch hier haben wir diverse Möglichkeiten, einmal den PSW-92 zu steuern, sei es über ein Control-System oder über einen PC oder und zum anderen haben wir auch die Möglichkeit, über den PSW-92 auch diverse Dritte, Drittgeräte zu steuern, zum Beispiel über HDBST, einem Projektor. Die Video-Matrix, was kommt alles mit dem PSW-92 in der Video-Matrix? Wir haben einmal einen HDBST-Eingang. Das heißt, ihr habt irgendwo im Raum abgesetzt, weiter weg von der eigentlichen Unit, eine Signalquelle. Die wollt ihr natürlich auch mit in den Signalweg mit reingeben. Dafür den HDBST-Eingang. Da könnt ihr einen HDBST-Transmitter anschließen. Das kann als normaler Transmitter, als normale Box sein, die ihr irgendwo verbaut habt. Aber es gibt natürlich auch die Wallplate-Variante. Dann könnt ihr das im Seminarraum, an der Wand, im Podium verbauen und dann über ein HDBST-Kabel das Ganze dann zur Matrix schicken und von da natürlich dann weiter verteilen. Dann haben wir einen Display-Port-Eingang und wir haben fünf HDMI-Eingänge, zwei VGA-Eingänge. Also jede Menge Anschlüsse, die man verwenden kann, um diverse Signale zusammenzuführen und dann eben mit der Matrix zu verwalten, zu schalten. Ausgangsseitig haben wir einen HDBST-Ausgang und einen HDMI-Ausgang. Die sind gespiegelt. Das heißt, ihr könnt zeitgleich zwei Displays ansteuern oder einen Display, einen Projektor mit HDBST-Eingang. Und auch hier gleich vorneweg, beim PSW-92 ist auch ein Receiver wieder mit dabei. Das heißt, den muss man nicht separat kaufen, sondern ist mit dabei in der Box. Das heißt, wenn ihr ein abgesetztes Display habt, ohne HDBST-Eingang oder ihr habt einen Projektor ohne HDBST-Eingang, dann nehmt ihr einfach den Receiver, der mit dabei ist, schließt das Ganze an und habt eure Installation eigentlich schon quasi beendet oder vervollständigt. Das heißt, da an der Stelle, ihr müsst keine zusätzlichen Boxen kaufen, ihr müsst keinen zusätzlichen Receiver kaufen. Das Ganze ist alles mit dabei. Die Audio-Matrix. Die Audio-Matrix, hier ganz spannend, auch jede Menge Eingänge. Also es gibt nicht nur einen separaten Line-Eingang für eine analoge Signalquelle. Es gibt auch einen Mikrofon-Eingang. Das heißt, ihr könnt hier ein Mikrofon anschließen. Gibt auch Phantomspeisung aus. Das heißt, wenn das Mikrofon Phantomspeisung benötigt, braucht ihr euch da auch keine Gedanken machen, ob ihr dann noch zusätzliche Hardware braucht. Wir haben hier Phantomspeisung mit drin. Das heißt, auch hier wieder alles aus einer Hand. Dann zusätzlich dazu haben wir für die VGA-Eingänge, analoge Eingänge. Natürlich muss es haben, VGA hat ja kein Audiosignal im eigentlichen Sinne mit dabei. Das heißt, da braucht es einfach eine Alternative und das ist der klassische 3,5-Millimeter-Anschluss, Klinkenanschluss. Das könnt ihr dann mit dem VGA-Signal zusammen in die Matrix geben. Die Matrix mergt das, bringt das Ganze zusammen. Und ausgangsseitig habt ihr dann über HDMI oder eben über HD-Based-T das Signal, Audio und Video gemeinsam verfügbar. Dann haben wir hier noch einen HDMI-Input, der auch noch separat dazu einen 3,5-Millimeter-Anschluss hat. Das heißt, hier könnt ihr sagen, ich will gar nicht von meiner HDMI-Quelle oder von meinem Laptop das Tonsignal, sondern ich will eigentlich ein externes Audiosignal. Über diesen HDMI-Eingang könnt ihr da nochmal ein analoges Eingang dazugeben und zeige ich euch später im Webinterface. Da könnt ihr ganz einfach zwischen dem analogen und dem eigentlichen digitalen Audiosignal hin- und herschalten. Das Ganze auch bei DisplayPort. Bei DisplayPort finde ich es fast noch wichtiger, dass wir das da mit dabei haben. Warum? Nehmen wir mal ein altes MacBook, was ich jetzt hier auch aufgebaut habe. Ein altes MacBook mit einem Mini-DisplayPort-Anschluss unterstützt manchmal kein Audio über Mini-DisplayPort auf DisplayPort. Das heißt, da brauche ich irgendeine separate Möglichkeit, mir mein Audiosignal mit in die Matrix zu geben. Deswegen auch hier wieder einen 3,5-Millimeter-Klinken-Anschluss. Und da habt ihr dann auch wieder die Möglichkeit, Audio und Video gemeinsam in die Matrix zu führen. Und das Ganze wird von der Matrix dann zusammengeschalten und auf euer Display oder eben auch eure Lautsprecher ausgegeben. Weil wir haben noch einen analogen Dual-Mono-Ausgang und zusätzlich dazu noch einen Power-Amp-Ausgang. Was ist das? Das ist eigentlich ein analoger Ausgang, aber eben mit einem Amplifier mit verbaut. Das heißt auch da, wenn ihr jetzt Decken-Lautsprecher habt, als Beispiel, braucht ihr keinen zusätzlichsten Verstärker dazu, sondern könnt da direkt über den Amp rausgehen auf die Lautsprecher und das Ganze dann miteinander verbinden. Thema Steuerung ist natürlich in einem Setup, wo das Gerät höchstwahrscheinlich zum Einsatz kommt, ist es ein Thema, wie kann ich das Gerät steuern, wie kann ich einen Projektor einschalten, wie kann ich mein Display einschalten, wie kann ich eventuell auch, ich habe vorhin erwähnt, wir haben einen HDB-ST-Eingang. Das heißt, ich habe vielleicht eine Wallplate mit nicht nur einem, sondern zwei HDMI-Eingängen oder einem HDMI- und USB-C-Eingang, könnte ich ja auch verbinden. Wie kann ich das Ganze steuern, wie kann ich jetzt zwischen meinen Eingängen hin- und herschalten. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, das Gerät selbst, den Switcher selber, über das Netzwerk zu steuern. Wir können den aber auch über RS-232 steuern. Ich habe auch zusätzliche RS-232-Eingänge, also ich kann hier RS-232-Signale über separate Eingänge in die Matrix schicken und die werden dann separat getrennt vom restlichen Signalweg auf die jeweiligen HDB-ST-Ausgänge weitergegeben. Das Ganze funktioniert bidirektional, das heißt, auch hier könnt ihr die Signale von der einen Seite zur anderen und wieder zurückschicken. Und natürlich, das Ganze hat auch Front-Panel-Tasten, das heißt, ihr könnt das Gerät von vorne über die Tasten bedienen. Ihr habt die Möglichkeit, die Eingänge zwischen den Eingängen hin- und herzuschalten. Es gibt ein kleines Drehrad, da könnt ihr dann die Lautstärke regulieren. Da gibt es dann drei verschiedene Varianten, das heißt, ihr drückt da auf dieses Rad drauf und dann switcht das. Entweder ihr steuert die Lautstärke am Amplifier-Ausgang oder die Lautstärke am eingehenden Audiosignal oder ihr steuert die Lautstärke vom Mikrofon. Und jetzt sind wir eigentlich schon, das war jetzt eigentlich schon das Technische oder die technischen Details vom Switcher selbst. Und jetzt sind wir schon bei den Use Cases, also wo kann ich das Gerät einsetzen, wo macht es am meisten Sinn, das einzusetzen. Und da sind mir ja eigentlich zwei Haupt-Setups eingefallen, wo es wirklich Sinn macht, das Ganze anzusetzen. Das wäre einmal im Konferenzraum und das andere im Auditorium. Warum genau diese zwei Szenarien? Konferenzraum, ganz klar, größere Konferenzräume habe ich meistens ein oder sogar zwei Displays. Und ich habe natürlich diese Challenge, dass ich möglichst viele verschiedene Signale aufnehmen möchte und verarbeiten möchte. Und dafür ist der PSW 92 natürlich prädestiniert mit seinen vielen Inputs und seinen zwei gespiegelten Ausgängen. Das heißt, deswegen hier Konferenzraum ist ein sehr, sehr gutes Beispiel oder ein sehr, sehr guter Use Case, wo wir den Switcher einsetzen können. Das zweite, ein Auditorium. Einfach deswegen, weil wir hier auch immer verschiedene Redner haben. Wir haben verschiedene Menschen, die im Auditorium vortragen wollen. Das heißt, auch hier müssen wir natürlich sicherstellen, dass ich möglichst viele verschiedene Varianten an Eingängen zur Verfügung stelle, weil nicht jeder kommt mit einem Laptop, der einen HDMI-Ausgang hat. Es gibt auch noch dann die Redner, die halt noch ein etwas älteres Modell haben und VGA-Anschluss kommen. Oder eben mit einem Displayport können wir hier alles verwalten. Das heißt, auch hier habe ich die Möglichkeit, das Ganze abzufangen und meinen Raum eigentlich für jedes Szenario vorzubereiten. Im Auditorium ist ja auch noch ganz klassisch, ich habe einmal hinter mir meistens die große Leinwand, das heißt mit einem Projektor, dafür der HD-Based-T-Ausgang, aber der Redner selbst will ja nicht sich immer umdrehen müssen, um zu präsentieren, sondern hat dann vor sich oder im Rednerpult vielleicht eingebaut noch ein Display und das Ganze kann ich dann mit HDMI verbinden. Dadurch, dass diese Eingänge gespiegelt sind, ist eigentlich immer sichergestellt, dass der Redner und auch das Publikum immer das gleiche Signal sehen. Und für heute dachte ich mir, wir nehmen mal das Beispiel Konferenzraum. Und ich habe mir da so ein Beispiel-Use-Case ausgedacht, was eigentlich ganz, ganz typische Anforderungen ist oder eine ganz, ganz typische Anfrage, die wir auch immer bekommen. Hey, ich habe einen Konferenzraum oder der Kunde kommt zum Integrator und sagt, ich habe einen Konferenzraum, jetzt hier auf dem Bild, der ist relativ groß, ich habe ein oder zwei Displays, ich habe meine Deckenlautsprecher und ich habe zwei Tischanschlussfelder und möchte das alles miteinander verschalten. Was kannst du mir da anbieten? By the way, das Budget ist nicht sehr hoch. Das ist ja meistens so diese Aussage, die man vom Kunden hört. Und da ist der PSV 92 eben eigentlich eine sehr gute Lösung, die ihr anbieten könnt. Zum einen eben wegen den technischen Details, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Aber zum anderen auch, das Ganze hier ist in einer Preisklasse, die wirklich attraktiv ist. Und da würde ich vorschlagen oder würde ich einfach empfehlen, sprecht mit unserem Sales-Team, sprecht mit eurem Distributor und lasst euch da die Preise mal vorlegen. Vergleicht das gerne auch mit Alternativ-Produkten. Ich glaube, hier haben wir einen Switcher in einer sehr, sehr guten Preisklasse, der eigentlich alle Anforderungen erfüllt, vor allem gerade in so einem Setup. Dann hier das Ganze ein bisschen größer und mit ein bisschen Hardware jetzt schon mit drin. Hier ist unser Konferenzraum und wir sehen jetzt hier auf dem Tisch, haben wir zwei Tischanschlussfelder. Ich habe hier links ein Display, ich habe am Ende vom Raum ein Display und an der Decke vier Deckenlautsprecher. Das Ganze möchte ich jetzt zusammenführen. Wie sieht es aus? Wie können wir dem Kunden eine Lösung anbieten? Da kommt eben der PSV 92 zum Einsatz, den Raum jetzt ein bisschen ausgeblendet und den PSV 92 mit dabei. Da sehen wir schon diese zahlreichen Anschlüsse auf der Rückseite. Wie sieht es in einem technischen Diagramm aus? Das wäre dann ungefähr so. Gehen wir es einmal kurz durch, was wir hier haben. Auf der einen Seite haben wir das Display per HDMI angeschlossen, auf der anderen Seite ein Display per HDBS-T und RS-232. Geht beides direkt an den Switcher, also da muss ich nicht Kabel irgendwie in alle möglichen Richtungen ziehen, sondern es geht immer alles zentral auf den Switcher. Dann sehe ich auf der rechten Seite der Deckenlautsprecher. Ich habe jetzt nur einen eingezeichnet, weil die anderen sind natürlich in Serie dann geschalten in dem Fall. Ich gehe auf den Switcher, an den Amp-Ausgang, über den Verstärker, habe hier kein zusätzliches Gerät, keine zusätzliche Hardware. Ein Audio-Kabel vom Deckenlautsprecher zu meinem Amplifier. Jetzt habe ich schon den Audio-Ausgangspart quasi schon abgearbeitet. Dann auf der anderen Seite links ein Control Panel. Das ist unser 8-Tasten-Controlfeld, was ihr auch bei uns bekommt. Und ja, da habe ich eben die Möglichkeit, mehrere RS-232-Leitungen an das Control Panel zu ziehen. Und von daher, diese zwei Geräte passen sehr gut zusammen. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ein RS-232-Kabel vom Bedienfeld auf die Matrix zu ziehen, um die Matrix selbst zu bedienen. Und ich kann noch eine zweite Leitung ziehen, um zum Beispiel mein Display zu steuern. Das heißt, hier gehen jetzt zwei Leitungen, RS-232, auf den Switcher. Und vom Switcher wird das Signal weiter verteilt. Dann noch die Tischanschlussfelder. Ich habe jetzt nicht alle Anschlüsse belegt in der Zeichnung. Es ist einfach wirklich nur als Beispiel gedacht. Hier auf dem linken Tischanschlussfeld gehe ich jetzt mit einem VGA-Signal, mit einem Display-Port-Kabel und einem HDMI-Kabel auf die Matrix. Und das rechte Tischanschlussfeld habe ich auch nochmal VGA und HDMI mit reingenommen. Das heißt, ich habe jetzt hier fünf Möglichkeiten, meinen Laptop anzuschließen. Das Tischanschlussfeld ist auf dem Tisch verbaut. Das heißt, da eigentlich jeder, der am Tisch sitzt, hat die Möglichkeit, sich mit der Matrix zu verbinden und somit seinen Bildschirm zu teilen. Ja, das ist eigentlich so schon der theoretische Teil, die technische Ausführung von dem Ganzen. Schauen wir uns ganz kurz im Detail nochmal ein bisschen die Control-Situation hier an. 8-Button-Control mit der Matrix verbunden. Wie steuere ich jetzt die Matrix? Wie werden die Signale von der Matrix verwaltet? Und wie wird dann das Display angesteuert? Und dazu gehen wir kurz in die Live-Demo rüber. Das heißt, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Und erkläre ich kurz, was ich hier vorbereitet habe. Das linke Fenster stellt jetzt hier mein Control-Display dar. Das heißt, hier mein Control-System. Das heißt, alles, was ich hier rausschicke, kommt eigentlich vom Kontrollsystem. Das ist jetzt hier beispielhaft, damit ich das euch besser veranschaulichen kann. Eben von meinem Rechner über RS-232 an die Matrix. Das geht hier RS-232 an den HDBST-Ausgang von der Matrix. Und auf der anderen Seite hier das rechte Fenster ist angeschlossen an meinem Receiver. Am RS-232-Ausgang hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Signal schicke, dann geht das von meinem, von unserem Beispiel jetzt wieder ausgegangen, geht das Signal vom Kontroll-Tastenfeld via RS-232 an die Matrix. Die Matrix schickt das Ganze via HDBST an den Receiver. Im Receiver habe ich einen RS-232-Ausgang. Und von da geht es dann wieder zurück an meinen Rechner. Und jetzt habe ich jetzt hier eben die Möglichkeit, zum Beispiel, ich klicke hier. Ich sende jetzt hier über den Transmitter ein Power-On-Befehl. Und ihr seht, auf der anderen Seite am Receiver kommt dieser Power-On-Befehl an. Jetzt gibt es natürlich die Variante an Control-Systemen, die gerne ein Feedback hätte. Das heißt, ich muss irgendeine Rückmeldung schicken, wenn mein Display das unterstützt. Und von daher, die ganzen Gerätschaften, die wir jetzt hier im Einsatz haben, das heißt, der Receiver, die Matrix, unterstützt natürlich RS-232 bidirektional. Das heißt, in beide Richtungen kann ich hier mein Signal hin und her schicken. Das heißt, wenn jetzt hier das Feedback kommt, Display is on, schickt das Ganze durch die Matrix, über HDBST zur Matrix und wieder an den RS-232-Ausgang, zurück an meinen Rechner. Und eben genau so funktioniert es dann auch mit eurem Kontrollsystem. Das heißt, ihr schickt den Befehl an die Matrix, die Matrix schickt den Befehl weiter an den Receiver oder an den Projektor. Und der Rückgabewert wird eben wieder zurückgeschickt an das Kontrollsystem. Und dementsprechend kann das Kontrollsystem dann auch den Status abfragen und demnach auch den richtigen Status immer anzeigen. Das heißt, hier ganz wichtig, bidirektionales RS-232 ist in der Matrix vorhanden. Einfach das, um einmal kurz zu veranschaulichen. Ich hatte beim letzten Webinar eben noch die Frage an der Stelle, kann ich denn mehrere RS-232-Signale verwalten? Ja, auf jeden Fall möglich. Ich habe ja noch dazu die Möglichkeit, über den Mainport die Matrix zu steuern, was ich jetzt hier in meinem Setup gemacht habe. Und dazu würde ich jetzt nochmal kurz mein anderes Bild dazu holen. Jetzt seht ihr nach wie vor noch, hier ist es. Hier habe ich eben noch eine zweite Variante aufgebaut. Und zwar steuere ich jetzt hier die Matrix nicht mehr via RS-232, sondern über TCP-IP. Auch hier, es ist eigentlich, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt über Netzwerk gehe oder über serielle Schnittstelle. Für die Matrix ist das ein und dasselbe, dass das Kommando, egal auf welchem Signalweg es geschickt wird, kommt bei der Matrix an und wird dementsprechend verarbeitet. Und hier habe ich jetzt eben einfach noch die Möglichkeit, mich per Netzwerk zu verbinden. Und ich mache das noch ein bisschen kleiner. Kann hier meine Signale schicken. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier, was wir hinter mir sehen, ist eben der Display-Port-Eingang, der jetzt gerade über die Matrix geschickt wird. Und ich kann jetzt hier natürlich umschalten. Das heißt, jetzt schalte ich auf den HDMI 3 und ihr hört auch, es ist nicht nur das Bild-Signal, das Videosignal, was umgeschalten wird, sondern auch der Ton, der parallel dazu einfach mitgeschalten wird. Auf die nächste Quelle auch wieder einfach das Kommando schicken von eurem Steuersystem. Signal wird umgeschalten. Und wieder zurück auf meine Display-Port-Quelle. Das einmal als Veranschaulichung, was wir mit Control-Signalen alles machen können. Das war jetzt ein ganz, ganz einfaches Setup, nur um einmal zu zeigen, wir können hier seriell steuern über RS-232, das heißt, oder eben über TCP-IP. Das heißt, in unserem Beispiel hätte ich jetzt die Netzwerksteuerung gar nicht gebraucht, ich hätte alles seriell gemacht, habe mit zwei Geräten, dem 8-Button-Control und der Matrix selbst, einen kompletten Meetingraum oder ein komplettes Auditorium ausgestattet, zu einem sehr, sehr attraktiven Preis. Das letzte, was ich euch noch kurz vorstellen möchte, ist das Web-Interface, weil irgendwie müssen wir ja auch die ganze Sache konfigurieren können. Das heißt, dazu einmal kurz umschalten. Auf das andere Display. So sieht das Web-Interface aus. Wenn ihr euch das erste Mal einwählt, Standard-Passwort ist hier immer Login ist Admin-Admin, bei jedem Gerät, was ihr von uns bekommt. Wir stehen immer auf einer statischen IP-Adresse von Werk aus, das heißt, auch hier bei der Installation, wirklich ganz, ganz einfach, ihr verbindet euren Rechner direkt mit einem Netzwerkkabel, mit der Matrix, müsst gar nicht groß über das Netzwerk gehen. Feste IP-Adresse dem Rechner zuweisen und die Matrix selbst ist ja auf einer festen IP-Adresse und dann können wir uns schon einloggen, Username, Passwort und hier habe ich jetzt eigentlich schon alle Möglichkeiten. Hier kann ich mit der Matrix eigentlich schon ganz, ganz viel machen, das heißt, ich kann alles, was ich vorhin über das Kontrollsystem gemacht habe, kann ich natürlich auch über das Web-Interface machen. Ich kann hier zwischen den Eingängen hin- und herschalten, ich kann hier die Lautstärke beeinflussen, das heißt, ich kann lauter, leiser machen. Aber was ich euch eben vorhin noch zeigen wollte, ist der Audio-Bereich. Hier unten sehe ich noch Audio, das heißt, ich habe jetzt bei meiner Display-Pod momentan eingestellt, hier ist das nicht gelb hinterlegt, das heißt, er spielt jetzt das digitale Signal mit, oder schleift das digitale Signal mit durch, wenn von meiner Display-Pod-Quelle ein Audio-Signal kommt, wird das jetzt hier auf den Displays wiedergegeben oder auf dem Lautsprecher und sobald ich hier draufklicke und das gelb aufleuchtet, dann ist das eben nicht mehr meine digitale Audio-Quelle, sondern dieser 3,5 mm Klinkenanschluss, der hier mit dazu gehört und das gleiche eben auch mit HDMI, wenn ich jetzt hier auf die HDMI 3 umschalte. Jetzt hört ihr schon im Hintergrund, ich habe jetzt hier einen Ton von dem Video, das ist der Ton, der von meiner HDMI-Quelle mitkommt und wenn ich jetzt hier umschalte, schaltet ihr automatisch auf den analogen Eingang, der hier zu diesem HDMI-Eingang dazugehört. Gehe ich wieder zurück auf meine Display-Pod-Quelle und hier unten noch dieses Zahnrad, das ist jetzt genau hinter meinem Bild versteckt, ich klicke einfach mal kurz drauf, da komme ich in die Konfiguration rein, hier habe ich ganz, ganz basic Settings, die ich setzen kann, das heißt, ich kann hier einmal den Scaler, den eingebauten Scaler einstellen, also von daher wichtig zu wissen, ja, es ist ein Scaler verbaut, finde ich, ist ganz, ganz wichtig bei einem Presentation-Switcher, weil wir eben verschiedene Signale haben, die reinkommen und wir eigentlich immer sicherstellen wollen, dass das gleiche Signal auf dem Display angezeigt wird, von daher über den Scaler einmal die Ausgangsauflösung einstellen und dann habt ihr immer das gleiche Signal, was zur Verfügung steht und was auf dem Display angezeigt wird. Netzwerkeinstellungen, hier kann ich dann natürlich von den Default-Einstellungen abweichen, ich kann die IP-Adresse ändern, ich kann das passend zu meinem Kundennetzwerk einstellen oder ich stelle eben auf DHCP um und kann dann anhand der MAC-Adresse am DHCP-Server die richtige IP-Adresse finden und dann eben über die DHCP-Adresse arbeiten und Source-Label ist eigentlich nur eine Möglichkeit, um das Handling ein bisschen angenehmer zu machen, das heißt, wenn jemand wirklich mit dem Web-Interface arbeitet, dann macht es Sinn, sich hier dieses Label zu setzen, um einfach zu wissen, was habe ich denn wo angeschlossen, zum Beispiel ist das hier bei mir ein MacBook und damit ich auch immer weiß, dass das mein MacBook ist und das hier ist mein Laptop und hier ist mein 4K-Video-Player und somit weiß ich eigentlich, wenn ich über das Web-Interface umschalte, weiß ich immer, okay, welche Quelle ist denn wo angeschlossen. Ja, soviel zum PSV 92 als kurzes Demo-Setup, wie das Ganze eingesetzt werden kann. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne im Chat einfach nochmal Fragen stellen, beantworte ich euch gerne. Ansonsten zeige ich euch jetzt nochmal ganz kurz, wie das Ganze aussieht, indem ich hier einfach kurz die Kamera groß schalte. So sieht das Ganze aus, das ist der PSV 92, über den sprechen wir hier die ganze Zeit. Wie gesagt, ihr habt vorne die ganzen Tasten, um zwischen den Eingängen hin und her zu schalten. Hier das Drehrad, um eben die Lautstärke zu kontrollieren und auf der Rückseite, was ich euch in der Präsentation gezeigt habe, hier einmal der HDBST-Eingang, die verschiedenen Video-Eingänge, Displayport, VGA, HDMI-Eingänge und hier auch nochmal der HDMI-Ausgang und auch der HDBST-Ausgang und hier die separaten RS-232-Ports für HDBST und hier oben noch der Haupt-RS-232-Port, um das Gerät selbst zu steuern. Audio-Schnittstelle, analoge Audio-Schnittstelle. Ja, und damit habe ich euch eigentlich hier schon alles gezeigt. Was eben noch mit dabei ist, was ich schon erwähnt habe, der Receiver ist mit dabei, das heißt, der muss nicht separat dazu bestellt werden. Stromversorgung, natürlich, Netzteil ist hier mit eingebaut, das heißt, es gibt kein externes Netzteil für die HDBST-Komponenten, das heißt, ein Receiver oder ein Transmitter, das Ganze wird über HDBST mit Strom versorgt, das heißt, für Receiver-Transmitter braucht ihr kein separates Netzteil, sondern wird hier von der Matrix mit versorgt. Fernbedienung ist mit dabei und wenn ihr es in einem Rack verbauen wollt, da ist auch das Rackround-Kit mit dabei, das heißt, auch da müsst ihr nichts nachbestellen, sondern es ist alles in einer Box und somit habt ihr eigentlich einen vollwertigen AV-Raum ausgestattet, einen vollwertigen Meeting-Raum ausgestattet, ohne dass ihr irgendwelche Hardware zusätzlich kaufen müsst. Ja, an der Stelle wäre ich jetzt eigentlich schon mit allem durch, habe euch hoffentlich den Presentation-Switcher halbwegs gut erklären können, wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, einfach gerne in den Chat reinschreiben und auch hier nochmal zur Wiederholung, wenn ihr euch das Ganze gerade als Aufzeichnung anschaut und nicht live dabei seid, auch da könnt ihr den Chat benutzen, einfach in den Chat die Frage reintippen, abschicken, wir bekommen das als E-Mail bei uns und werden uns dann wieder bei euch melden und eure Frage beantworten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich freue mich schon auf die nächsten Sessions, die bald kommen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.